Und dann, jetzt. So, hi. Ich bin's heute, weil der alte Herr keinen Bock hat. Aber das dauert mir nicht nur. Ich hoffe, der tritt sich das dann nicht an. Wir machen heute zwei Sachen. Einmal, man ist ganz oben mitzischt und vor Wandsitz. Das ist so deutlich. Und jetzt zurück an die Wand. Und achtet darauf, dass die Beine im 90 Grad Winkel sind. Ja, also das hier, das ist Geschmur, weil das ist nämlich einfach. 90 Grad Winkel und das macht der Einwand BZV, genau wie wir immer sagen, bis zur Vergasung oder bis zum Versagen. Und zwar im Wechsel mit. Das könnt ihr auch zu Hause auf dem Tisch zum Beispiel machen. Also auch in der Erwürgen, desto niedriger, desto schwieriger. Hübschütz halten. Und dabei gelegt euch heute immer einmal nach vorne und zurück. Und nach vorne und zurück. Das macht ihr auch wieder so lange, bis nichts mehr geht. Kommt hoch, macht eventuell ein Minütchen Pause. Wenn ihr braucht, dann wieder Wandsitz und das Ganze mindestens fünf bis zehn Runden. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.